Hallo Leute, herzlich willkommen bei Craze Games und heute machen wir ein Video, wir sind hier gerade im Kampflabor, wie viele Freundesbots braucht das Spiel, um abzustürzen. Und jetzt suchen wir mal nach Freundesbots und dann kommen wir gleich wieder. Nelio, wie viele hast du denn schon geworfen? Achso, ich höre jetzt insgesamt 30, also haben wir jetzt seit 40. So Leute, wir melden uns jetzt nicht wieder. 400 zusammen und ich glaube bei 400 werden wir das Spiel schon abzustürzen. Ja, safe, safe, safe. Das muss schon passieren. Ey, ich glaube, dein Flasylnake ist extrem blau sein. Ja, auf jeden. Ich glaube, ich sehe dich da oben. Ach, da bist du schon. Weil ich sehe da hinten was schwarzes, eine Flagge da hinten oben. Da oben sehe ich nämlich. Na ja, ich kann da nicht mal nachführen. Okay Leute, ich bin so extrem gespannt. Oha, wie viele sind da schon? Also, ich würde sagen, 205 oder 305 oder 305. Ne, 200. Ja, 300. Ne, meinst. Kannst du mal an, ich bin so gespannt. Aber am Job sieht es so, du kannst dir auch so direkt einen ganzen Stack finden. Okay, wir nehmen uns jetzt den ganzen Stack und jetzt geht's los. Oh, mein Gott. Ich bin so gespannt. Ich will auch mal gucken, wie lange es dauert, bis abkackt. Es leckt schon. Oh, es leckt jetzt schon. Ach, du Scheiße. Ich gehe jetzt was weiter weg. Oh, mein Gott. Yo. Was ist hier los? Das Spiel kackt gleich, glaube ich, ab. Okay, ich gucke jetzt nur nach oben. Ich sehe meine ganze Life ist fast. Nee, ich glaube, das geht schon allein bei 200 oder, äh, bei 200. Ich glaube, er bei 150 wird's abscheißen. Dann ist aber auch wirklich Ende, glaube ich. Ey, ich hab fast nur noch Standfelschirm. Ich auch nur noch fast. Ich kann gar nicht mehr werfen. Oha. Boah, ich hab fast schon mit. Oh, ich hab's mal ein bisschen. Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Aber nur ganz langsam wirft. Boah, bewegt dich mal. Ist gar nicht so schlimm bei mir, wenn ich wegen. Ich hab ja volles los. Bring mal, bring mal hoch, bring mal hoch. Ach, du Scheiße, ist das schlimm. Boah, Digga. Ja. Nahm alle. Ja. Ein roter Pfeilbein mit meiner Mutter. Bei mir ist kein Roter Pfeil. Ich kann nicht werfen. 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 Bei mir geht's sogar jetzt mittlerweile. Bei mir geht das jetzt. Wenn, ich hab eigentlich noch... Ach, du meinst, liegen da viele hoch. Ey, ich kann nicht werfen. Warum nicht? Keine Ahnung. Komm mal, ich geh kurz weg, okay? Ja, ich geh mal kurz weg. Und dann kommt der mal direkt wieder. Ganz Lazy's, glaube. Ja, passt das Ganze. Ganz, da kommen nur aber ordentlich viele. Ich kann gar nicht mehr werfen. Ich muss mal versuchen. Boah, ich kann gleich gar nicht mehr laufen. Das ist ja schon schlimm mittlerweile. Ich kann nicht werfen. Ist das die Grenze? Nee, ich kann auch werfen. Ich kann auch noch werfen. Ein, ein. Aber das spielt. Ich kann gleich ab. Jetzt. Ey, Leute. Boah, fast Stampelchen. Oh mein Gott. Das war knapp. Wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott. Ich glaube, es ist schon mal über 200 auf der ganzen Welt. Und ich sehe IO auch in der Nähe. Ja, egal. Boah, Stampelchen. Das war's. Ich kann nicht mehr machen. Wir haben das Spiel zum Nachscheißen gebracht. Nee, bei mir noch nicht. Bei mir noch nicht. Ah, jetzt. Ich kann auch springen, aber das ist schlimm. Oh mein Gott. Ich kann nicht mal mehr das Menü öffnen. Oh mein Gott, ganz Lazy's, glaube. Das ganze Menü hängt schon. Ja, Lazy's Blau. Das ging ja relativ schnell mal wieder. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Ich kann gar nicht mehr werfen. What? Ah, jetzt. Was denkst du, bei wie viel wird das Spiel abkappen? Boah, Digga. Es ist zu viel. Oh mein Gott. Ich bin taktig bei mir ab. Oh, oh. Was denkst du, bei wie viel? Bei der Tankung. Boah, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, dann hängt es mir so schlimm. Oh, oh. Ganz bisschen. Ja, bei mir auch. Boah. Jetzt geht es ein bisschen weiter. Wenn du nicht mehr werfen kannst, dann musst du einmal wechseln. Ich weiß, das habe ich gerade schon. Das habe ich auch schon gehabt. Bruder, ich kann auch wieder nicht werfen. Erledige du mal schnell die IO-Bots. Hol dir die Waffe. Ich bin der Lazy, bitte. Nee, ich droppe schon. Ich droppe die ein oder andere. Ja. Hab ich gesagt. Nee. Oh mein Gott, das ist schlimm. Leute, guckt euch mal an, wie Lazy aussieht. Oh mein Gott, was erwackt das Spiel ist. Hey, ich konnte gerade exklusen. Ich auch nicht. Ich bin gerade mal ein bisschen in der Richtung Misty. Also ungefähr bei Lazy Lake Insel. Ja, ungefähr bei Lazy Lake Insel. Okay, die letzten, äh, 100. Oder fast die letzten 100. Ich kann fast nicht mehr werfen, das Spiel. Das steht gleich. Ich weiß nicht, ob wir das... Oh! Ein nach dem anderen stirbt hier. Drei, vier. Weiter werfen. Weiter werfen. Ja, das Spiel, das Spiel lebt zu viel. Komm, hilf mir mal. Hilf mir mal. Ich bin da zu, zu werfen. Ich bin da schon bei. Ey, erledige du mal die IO-Bots. Oh man, die töten ein nach anderem von uns. Nicht, nicht in Dings werfen, nicht in Misty, nur in Lazy. Ich bin da gar nicht in Misty, ich bin da auf Lazy Lake Insel. Oh, Junge. Das Spiel ist so schlimm an Lägen, was geht? Ich kann nichts mehr machen, what's going on? Oh mein Gott, bei jedem so kaputt ist ein Standfühlt hier. Ich auch, ich habe bei jeder Bewegung ein Standfühlt. Das ist wie damals auch, als ich seite PS2, Dicker, Stampelst hier, ohne Ende. Scheiße, ich kann nicht mal mehr auf die Einstellung gehen. Das Spiel bei PS1 jetzt. Ja, okay, dann machen wir mal. Ich weiß nicht, warum wir das eigentlich versuchen. Keine Ahnung, was wir dumm sind. Dicker, das ist so dumm, was wir eigentlich tun. Das sollten wir eigentlich niemals tun. Die Leute, mach das nicht nach, ihr Leute. Doch, nachmachen. Leute, nicht nachmachen. Ja, versucht ruhig, aber das Spiel packt ab. Das Spiel packt safe ab oder ihr kriegt fast ein Standbildschirm. Ich habe ein Standbildschirm, ich kann nichts mehr machen. Echt? Ich kann nichts mehr machen. Ich kann auch machen. Ich habe ein Standbildschirm. Boah, jetzt bewegt sich aber viele, aber wenn ich, wo ich flicke, wenn ich auf mein Controller irgendwas anficke, dann passiert es natürlich, dass es schlimm rumbacken. Bei jedem Wurf habe ich extrem lang, äh, das ist schon zwischen jetzt. Ja, habe ich auch. Und ich habe noch über 100 oder noch ungefähr 78 jetzt bei mir. Ich glaube, ich sollte erstmal nicht mehr werden. Ich habe 46. Boah, die haben sich aber weit verteilt. Oder eher bei Lazy. Lazy ist extrem blau. Lazy ist gleich nicht mehr am Start. Boah. Ich glaube, ich bin jetzt noch gar nicht mehr. Ich bin ja gar nicht mehr cool. Scheiße. Hey, ich glaube, wir haben das Spiel wirklich ein bisschen überfordert. Ja, bei mir, äh, ich kann auch. Ey, meine PS4 ist heiß. Die ist extrem heiß. Boah, mein Switch ist aber ziemlich warm. Uiui. Also, man sollte da nicht so lange übernommen. So am hängen. Kann ich's tun. Und die Leiste bei mir ist komplett weiß. Und mit so den ganzen Namen. Oh mein Gott. Das Spiel, Digga, schmiert vielleicht komplett noch ab. Ja. Ne, und jetzt vielleicht, wenn einer das Team, wenn einer die ganzen Box tötet, das soll dann, wie viel selber wohl, hat sich weg zu meinem Team. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Aber bitte, ich bin mal alt. Nein, nein. Nein, nein. Ja, Digga, das wird anders. Ja, Digga, das wird anders. Ja, Digga, das wird anders. Ja, ich hatte ja auch nichts mehr machen. Das hängt wirklich. Okay, ich hab jetzt, ich hab jetzt alle, äh, 100. Ja, Digga, mein Headset ist ja richtig komische Töne am Machen. Ja, ne, ne, ich hab rotes Kreuz und roter Pfeil. Bei mir nicht. Ja, ich hab jetzt rotes Internet. Ich kann mich nicht mal mehr bewegen, so richtig. Wow, alle noch andere stirbt da. Ja, wie töten die sich denn die ganze Zeit? Keine Ahnung. Okay, ich hab jetzt noch 24. Ich hab jetzt noch über 70. Oh mein Gott. Ich kann mich nicht mehr werfen. Ja, ich kann nicht. Junge, ich kann nicht mehr werfen. Das ist ja, ja. Das spielt ja gleich dort ab. Ja, das hab ich ja auch. Standfellschirm. Ich kann wirklich nichts mehr machen. Ich hab ein Standfellschirm. Junge, die Loops nehmen unser Fortnite auseinander. Ja. Und egal, jetzt geht's dir ein bisschen. Oh, scheiße, wie viele sterben da. Nein. Why? Auch du hast in die Luft gegangen. Oh, scheiße, Digga. Ey, meine ganze, meine ganze Leiste ist voll. What? Ich versuche erstmal überhaupt zu landen, weil ich noch... Hast du jetzt alle IO-Bots? Oder alle, äh... What? Nein, ich komm da nicht mal... Ich komm da nicht mal... Ich kann nicht mal alle hinwerfen, weil... Weil mir so ein Stammfellschirm fast ist. Okay, Leute. Ähm, jetzt haben wir alle geworfen. Ich probier jetzt mit Autos zu fahren. Ja, ich probier das auch mal. Autofahren geht gar nicht. Ich will ins Auto einsteigen. Ich werd nach hinten weggebacken. Junge, Auto geht nicht. Hey, guckt euch das mal an. What? Ey, guck mal auf die Karte! Leon? What? Okay, Leon, Spiel ist abgepackt. Leute, wir wechseln jetzt mal Team. Und gehen dahin. Leon? Wechsel Team? Leon? Okay, Leon, Sportner ist abgepackt. Oh, mein Spiel geht gut. Das ist echt zu nice. Okay, wir gehen jetzt dahin... Und gucken... Ähm... Ob... Ja... Ne, Leon, Sportner ist abgepackt. Wir gehen jetzt dahin... Und gucken... Wie schnell uns die Bots töten können. Wie schnell das jetzt tatsächlich geht. Mal gucken, wie schnell die uns auch entdecken. Oh, mein Gott. Ich glaub, ich werd gleich immer halb einer Mini, die kunde tot sein. Hallo, Bot. Ich bin's, Helio. Sandwisch hier. Ähm... Ja... Leute... Leute, das war's. Fortnite abgepackt. Also, ähm... Bei maximal... 400 bis 500 kackt Fortnite ab. Ja. Ja, das war's dann. Ciao, ciao. Hahaha. Da ist ca�. Das war's. wiped an, wiht an. Wir nehmen uns mal kurz zu. Wir nehmen uns mal kurz vor. Na... oder Manufacturers... Vielen Dank.